Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zu Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin der Host von diesem Podcast. In diesem Jahr durfte ich schon viele spannende Gespräche führen. Das gesamte Podcast-Team von InnoVex freut sich über euer Interesse und Feedback. Wir machen jetzt eine kleine Staffelpause und sind bald wieder mit neuen Themen für euch da. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch in der Zwischenzeit auf unserem Instagram-Account vorbei oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Und natürlich freue ich mich auch über euer Feedback per E-Mail. Ihr erreicht mich unter podcast.innovex.de. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit. Ich hole mich heute gleich wieder. Bis dann bis jetzt. Bis dann. 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 Bis